Wenn sich Obama vor dem internationalen Strafgerichtshof verantworten müsste, sollte er dafür bestraft werden, dass er eine der extremsten Terrorkampagnen der Welt organisiert hat. Al-Qaida ist schon übel genug, doch sein Staatsterror ist noch viel schlimmer. Schauen Sie sich die Magna Carta an. Vor rund 800 Jahren legte sie das Grundprinzip Amerikas fest, die Unschuldsvermutung. Eine Person darf nicht ohne einen fairen Prozess von der Regierung bestraft werden. Unter Bush und dann Obama wurde dieses Konzept einfach ausradiert. Egal ob beim Einsatz von Drohnen oder beim Mord an Osama Bin Laden, die USA ermorten Verdächtige, die der Magna Carta zufolge vor ein ordentliches Gericht gebracht werden müssten. In den USA werden Menschen ohne Gerichtsurteile in Guantanamo oder in anderen Gefängnissen festgehalten. Damit verletzt der Präsident Prinzipien, die es bereits seit 800 Jahren gibt. Das Überwachungsprogramm PRISM hat eine lange Tradition. Versetzen Sie sich 100 Jahre zurück, als die USA die Philippinen eingenommen haben. Es war ein brutaler Krieg. Hunderttausende wurden getötet. Nachdem der Widerstand im Keim erstickt wurde, installierten die USA ein hochentwickeltes System der Kontrolle, das auf dem neuesten Stand war, um zu überwachen, zu infiltrieren und zu manipulieren. Nach nur wenigen Jahren wurde die Technologie auch auf amerikanischem Boden von Woodo Wilson, einem liberalen Präsidenten, eingesetzt. Regierungen machen das einfach. Sie sind Systeme der Macht, sie machen Gebrauch von verfügbaren Technologien. Wir sollten versuchen, das zu verhindern. Aber überrascht sollten wir darüber nicht sein. Obama ist verantwortlich für diese Terrorkampagnen. Zuallererst muss mal deutlich gesagt werden, dass das Terrorkampagnen sind. Da sollten wir uns nichts vormachen. Das Drohnenprogramm ist eine groß angelegte internationale Terrorkampagne. Obama und seine Berater halten jeden Dienstag, den sogenannten Terrordienstag, ab. Dienstagmorgen entscheiden der Präsident und seine Berater darüber, wer getötet werden soll. Oder nehmen Sie die Terroristenliste. Wenn jemand auf dieser Liste landet, kann die Regierung alles mit ihm machen, was sie will. Töten, unbegrenzt inhaftieren, ganz egal. Das ist eine exekutive Macht, von der man nicht möchte, dass ein Staat sie besitzt. Die Rechtfertigungen dafür sind interessant, sie werden einfach so akzeptiert. Und genau das ist das Schlimmste daran. Hören Sie Obama zu oder lesen Sie Thomas Friedman von der New York Times. Um das Land gegen Terror zu schützen, brauchen wir Kontrolle und Überwachung, so die Argumentation. Wenn wir eine freie Presse hätten, dann wären die Zeitungen voll mit Schlagzeilen, die sagen, dass das wohl ein schlechter Witz ist. Und die Obama-Administration uns nicht schützt, sondern Terrorismus schürt. Die höchsten politischen Kreise wissen, dass die terroristischen Drohnen-Einsätze Terrorismus schüren. Zwei Tage nach dem Anschlag beim Boston-Marathon gab es einen Drohnenangriff auf ein Dorf im Jemen. Ein Amerikaner, der aus diesem Dorf kommt, berichtete vor dem Senat, was in seinem Dorf passiert ist. Seit Jahren hatten dort Dschihadisten versucht, die Bevölkerung gegen die USA aufzuwiegeln. Doch damit hatten sie kein Glück, da sie bislang nur Positives über die USA von ihrem Dorfmitglied gehört hatten. Doch mit nur einem Drohnenangriff hat Obama nun die gesamte Dorfbevölkerung in potenzielle Terroristen verwandelt. Damals wurden rhetorische Illusionen erzeugt. Und es war noch einfach nur Illusionen. Wahlen in den USA werden von der Public Relations Industrie geführt. Das sind dieselben Leute, die im Fernsehen für Zahnpasta Werbung machen. Sie erschaffen Illusionen. Direkt nach der Wahl von Obama im Jahr 2008 hatte die PR-Industrie ihr jährliches Treffen. Jedes Jahr vergeben sie einen Preis für die beste Marketingkampagne. Sie haben sie Obama verliehen. Er hat damit sogar Apple geschlagen. Durch die beste Marketingkampagne des Jahres. Vielen Dank.